Aus der Sammlung von Tanja Rubinstein Horowitz und dem Bestand des Clemens Seels Museum Neuss haben wir 40 Paare zusammengestellt. Dabei gilt es, ganz viele Entdeckungen zu machen, die persönlich sind, einen Blick zu öffnen für all die Dinge, die man vielleicht sonst nicht wahrnimmt. Und das Wichtigste daran ist eigentlich, ein Bild zu deinem Bild zu machen. Und jetzt seid ihr dran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020